Wir sind hier beim Boxsport Athletik e.V. Muay Thai Zentrum Düsseldorf und wir bieten hier traditionelles Muay Thai an, Kickboxen und traditionelles klassisches Boxen. Unser Angebot richtet sich an allen Personen von 6 bis 70, kann ich nur sagen. Wer keinen Kontaktsport ausüben möchte oder nur wirklich Dehnarbeit oder auch nur Stand machen möchte, der kann das auch machen. In erster Linie, wie gesagt, von Kindern. Wir haben Kinderkurse hier, die fangen von 6 an, bis 15 gehen die. Dann haben wir ganz normalen klassischen Boxen und Kickboxen und Thaiboxen. Das richtet sich an alle. Wir sehen jetzt hier hinten eine Übungseinheit von unserem Trainer Sandro. Er macht die Übungen vor, wir machen die nach praktisch. Das sind jetzt gerade Schläge zum Kopf, Haken zum Kopf, Uppercut zum Kinn und Tritte gerade Low-Kick, High-Kick. Und das sind Kombinationen, die wir uns wirklich einprägen sollen, die wir dann auch im Sparring oder auch im Kampf, wenn wir fighten wollen, dann auch anwenden können. Ich habe früher bei Kampfsport gemacht, Karate, so wie meine Kinder jetzt Taekwondo. Und irgendwie hat mich das immer fasziniert. Habe dann eine Zeit lang nicht gemacht und dann bin ich wieder dazugekommen. Ich kann jetzt von mir reden, ich bin jetzt 40 Jahre alt und wollte noch mal was Neues ausprobieren. Und das ist absolut geil. Und das spricht jedermann an. Die 5-Jährigen oder auch die über 40, 50-Jährigen. Und querbeet. Und alle haben ja Spaß. Und es ist ein gutes Miteinander. Es ist alles total kollegial und fair. Das macht einfach Spaß. Jeder kann da was anderes mitnehmen. Also für Kinder ist das was Integratives durchaus, auch Sozialkompetenz stärkend. Und ich denke für Frauen durchaus auch eine Selbstbewusstseinssache, die man hier einholen kann. Fitnessaspekte, Gewichtsabnahme, alles Mögliche. Also ich denke, es ist für jeden was dabei, ja.